Sag mir eine Geschichte in Französisch, komm mal. Oh, ähm... Je... Je... Go to the... Oh. Ähm... Yes. Oh, what a beautiful story, bro. It was very heartwarming, you know. I know, I know. Ich dachte, ich bringe etwas Abwechslung rein, ein bisschen weg von Assassin's Creed, das heißt nicht, dass ich mit Assassin's Creed aufhöre, aber mit Valorant konnte ich sehr gut mit meinem Schnittprogramm ausprobieren, rumprobieren, Tutorials anschauen, etliche andere Sachen damit machen und dabei ist halt dieses Video entstanden. Und ihr merkt vielleicht auch an meiner Stimme, dass ich ein paar Filter auf mein Mikrofon gelegt habe. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr das findet. Ich finde es jetzt nicht so fresh, ich glaube, ich ändere das in den nächsten Folgen, aber das werdet ihr dann wahrscheinlich sehen. Doch bevor wir wirklich reingehen in die Spike Rushes, in die Unrateds, lasst uns doch erstmal eine kleine Deathmatch-Runde machen. Oh, oh, oh. Digga, was war das für eine Aktion? Alter, warum triffe ich seinen Kopf? Ich muss nicht höher als sein Kopf zielen, damit ich seinen Kopf treffe. Was ist das für eine Logik, Digga? Ich habe doch mein Crosshair auf seinen Kopf, Digga. Und es geht einfach nicht. Digga, ich habe einfach daneben geschossen. Das wäre so ein instant geiler Kill gewesen. Oh. Nein, Digga. Ich habe sie doch gehört, Junge. Ich habe sie so gehört. Nein, und dann tönet mich der Typ, Digga. Oh mein Gott, Digga. Heute nicht. Oh mein Gott, Zweifel. Nein, nein, mein Gott. So unlucky. Let's go, let's go, let's go, meine Damen und Herren. Ich bin richtig aufgeregt. Hello, guys. Hello. Where are you from, guys? Friends. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. He's defusing. Hi. Behind the box. Hab sie gefunden. keine keine chance klar dass ich in der situation okay korrekt machen oder du bist muss eigentlich eigentlich musst du spielen oder du kannst nicht einfach chillen ja einfach unsere heilerin schild am sport 2 0 also ich hoffe auf jeden fall dass wir ein bisschen aufholen das wäre nämlich ein bisschen feinlich wenn wir hier rausgehen zu sterben 13 0 oder so das würde ich unserem team natürlich nicht können kann man der trottet jamie kann man come on you got him noch 30 sekunden portal wurde zerstört keinen box jungen ärgerlich der erste runde läuft auf jeden fall nicht so ganz wie ich mir vorgestellt hatte ich hoffe einfach dass das in der zukunft also vielleicht wer weiß es noch nicht noch ist das game noch nicht vorbei try to let's 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 come back this time this time is come back bro come on we got this hello guys Can you hear me? Hey Thank you I'm sorry Got this, you got this Phoenix, what are you doing, bro? They are already planted Oh, that's what they are doing You can do it, Phoenix 1 HP, come on Oh damn, come on, you got the arena Oh, nice try Oh, nice try Yeah, boy Oh, God Oh, yes, baby Good job Thank you Sorry I'll get shot though Good job Thank you, thank you Thank you, thank you Oh, fracture, fracture I hate fracture I played this map like twice in my life Nice So I don't know any of positions or Wait, wait Wait, wait, are you French? No, brother, I'm not French But I can understand French in a little way Me too Oh, yeah, yeah, exactly That's French, bro Spike rush Come on, bud Tell me Tell me Tell me Tell me Tell me a story in French Come on Oh, um Je go to them Oh Um Yes Oh, what a beautiful story, bro It was very heartwarming, you know I know, I know Spike planted Ace, let's go You got Ace Oh, damn Arena Why are you so good, bro? Oh, quadra I'm insane How are you doing that? Oh, my God Let's leave 2BN, 2BN 2B, 2B, 2BN What? Nothing, nothing, bro I was talking in your home language In your mother language Oh, oh, whoa, whoa, whoa Oh, whoa, whoa, whoa Um Je Je suis Uh Je suis Humane Skrrrrrra Skrrrrrra Skrrrra 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 Pop 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 Skibbity pop Skrrrra 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 ja meine lieben friends an der stelle ist meine aufnahme leider stehen geblieben bzw ich habe sich selber mit einem shortcut beendet ich habe nämlich shift und 4 für den shortcut gewählt während ich valorant gezockt habe das macht natürlich gar keinen sinn weil man shift und 4 ich zumindest fürs planten benutzt damit man quasi den spike plantet also ja war auf jeden fall sehr dumm ist auch egal das video ist an der stelle jetzt werde ich hoffe es hat euch gefallen tut mir auf jeden fall leid noch mal für das lange warten ich hoffe dass das in zukunft anders wird und ansonsten bin ich raus abonniert gerne den kanal aktiviert die glocke und wir sehen uns im nächsten video haut rein ja